Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Call of Beauty Folge. Ich begrüße euch ganz herzlich wieder zurück auf meinem Kanal und ich dachte wir starten... Ein paar Geschenke sind ein bisschen zu groß für den Beutel, aber halb so wild. Und da haben wir sie schon mal, sie heißt Pixie bei Pretra. Also, warum tut das immer weh, wenn ich mich drehe? Hey Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Call of Beauty Folge. Ich begrüße euch ganz herzlich und das machen wir direkt nochmal hey. Oh, du hast mir ein... Lachen. Ich dachte, ich habe auch geduldet. Ach, guck mal, sie hat mir auch... sie dachte, sie gibt mir ein bisschen Geld. So... Hey Leute, ich begrüße euch ganz herzlich zurück auf meinem Kanal und ich begrüße euch zu... toll. Ich habe auch die ausprobiert von Glow Glam, aber Glam Glow, nicht Glow Glam. Holla, was geht es mit dir? Ich bin so im Party, dass ich vergesse, was ich hier eigentlich jetzt mache. Es tut mir leid, Tom, guck bitte nicht so. Mach es auch noch, dann klappt es nicht. Bitte ein bisschen langsam und so bitte. Ja, passt gut. Hallo, ich sollte das machen. Nimm mir die für einen Job weg. Perfekt. Ja. Lass anfangen. Jalla. Hier ist zum Beispiel auch... Oha. Lass uns schnell, schnell. Ja, los, los, los. Läuft? Ja. Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Call of Beauty Folge. Weil wir ja schon im Dezember... Der macht uns mit Absicht! Wie die trockene Haut, bloß sie reagiert noch viel gereizter. Sie ist zwar auch verfeinert an meinen guten Stellen... Ja, ja, ja. Und damit fangen wir heute an. Ich habe gleich auf den Verlust... Puh. Puh. Komm mal. Komplett von vorne. Ab wo brauchst du es? Ach so. Oder... Nein? Okay. Dann schneide ich alles so rein. Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Call of Beauty Folge. Oha. Ich kann sogar Call of Beauty Folge sagen. Puh. 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 Den kriegt er nicht hin. Das hat mir was angezahlt. Sag Sascha mal, er soll mal wieder Videos machen. Danke. Sascha! Sollst mal wieder mehr Videos machen! Verleg' ich. Könnte man jetzt die Tube nachkaufen? Alter! Warum? Warum so aggro? Wir haben Weihnachtsstimmung! Der Kerze brennt! Wie viele Menschen braucht man, um Paula eine Kontaktlinse reinzumachen? Alle. Alle. So liebe Freunde. Ich würde gerne mit euch reden. Aber du lässt das ja nicht zu. So jetzt guck bitte nach oben. Du hast eine Kraft mit den Augenlidern. Du. Was hast du für Augen? Ja, meine Muskeln sitzen nicht hier. Siehst du, ich kann nichts dafür. Mein Auge ist einfach ein eigener Mensch. Mein Auge ist einfach ein eigener Mensch. Er denkt sich so, ne Paula, das mach ich einfach nicht. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao! Trideli! 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 Trideli!